Ach Gott, irgendwie schlafe ich hier gerade beim Spielen ein bisschen ein, das kann ja so nicht sein, ich bin da total, so, doch, das ist leergeräumt, ja, total trauendütig irgendwie, so drücke ich das mal aus, kann das sein, ey, ich höre, wie die alle mit nur einem hier trotzdem, äh, souverän gewonnen haben, finde ich ja, finde ich ja gut, so, so, da können wir auch nochmal ein bisschen leer räumen, und auch nochmal ein bisschen leer räume, ich muss doch aufpassen, dass ich nicht zu viel leer räume, dann kann ich nämlich auch mit nichts mehr angreifen, aber, ist ja auch eigentlich egal, na, ich treffe nicht, ich will jetzt nur mal diese rosa Brut hier loswerden, tada, hab ich denn hier ein Katapult für diese drei, jawohl, Ja, komm, den hauen wir weg, den hauen wir vielleicht auch nochmal weg, da hab ich ein Katapult hingestellt, der reicht für die drei, hier hab ich schon alles leergeräumt, da oben hab ich noch nicht leergeräumt, da oben hab ich noch nicht leergeräumt, logischerweise, weil hier will ich die vielleicht doch auch nochmal, weil hier passen auch nochmal super, Katapult hin, ist das eigentlich auch egal, dann können wir die Aule erräumen, dann räumen wir das alles leer hier, dann sind wir auch hier raus, da kommt Katapult hin, die Bindung hat's, wenn ich dann Katapult hinstelle, sollte ich hier aber schon nochmal irgendwie versuchen, sinnvolle Wege zu machen, Wo war das andere, was ich gestellt hatte, da oben, da sind die Wege sinnvoll, das da unten halt nicht, aber das ist egal, der dürfte das hier alles weghauen, okay, hier haben wir leergeräumt, hier haben wir uns auch schon rausverzogen, kompletti, jawohl, Das geht, das geht auch, das geht, so, dann ist das hier alles frei, Der geht über den, die gehen über den, okay, wenn ich jetzt das richtig gesehen habe, gut, die neu eroberten muss ich natürlich auch noch leerräumen, ist klar, die da unten hat ich, den hat ich, den hatte ich glaube ich auch schon, Sollen wir hier oben noch die Linie lang gucken, jawohl, der ist, die sind auch, der müsste, ne, der ist noch nicht, weil die sind alle, So, dann müssten jetzt sämtliche Militärgebäude leergeräumt sein, Da dürfte jetzt irgendwo mehr noch irgendeiner drin sein, oh, da steht noch ein, Weiß ich nicht, ob ich es nicht schafft, drauf zu schießen, oder, weißt du was, Schicke ich jetzt einfach gerade nochmal schnell drei Soldaten hin, die machen das dann für mich und dann ist gut, Keiner Kult, hauen wir weg, Der ist auf jeden Fall nah genug für alle drei, Der ist nah genug für die drei, Und der ist nah genug für diese vier, Würde ich mal so sagen, Mir juckt der Fußzeh, Wieso tut er das? Verstehe ich nicht, komischer Fußzeh ist das, Böser Fußzeh, aus! Hä? Das müssen nerven gerade So, die haben hier schon weggeräumt, Die fleißigen Jungs So, fehlt sich nur noch der da, Dann müssen die sich jetzt vielleicht mal ein bisschen beeilen, Ganz schön viele Hafenplätze haben die hier, Und obwohl ich so schnell war eigentlich, Hier mit dem Besetzen des Hafens, Konnte ich nicht einen davon Einnehmen, Die waren alle schon direkt besetzt Faszinierend, Eigentlich hätte ich da hinschiffen Können müssen Hätte eigentlich hier reinkommen können Zack, und dann da hin Hm, Naja, egal, so, die Kollegen ziehen in das Haus ein Alle drei Zack Und dann kann ich auch mit zwei angreifen Und, wenn die zwei unterwegs sind Und das sind sie, Dann räume ich den wieder leer Der geht wieder an Tschüssi Und dann hauen wir das Ding hier auch gerade noch weg Auch gerade noch weg Tadabada Hier steht hoffentlich eine Verbindung Bis wohin auch immer Den können wir meinetwegen Auch wieder anschließen So Ach das war's schon Das ist ja aufregend Und Geht home Alles klar Damit sehe ich das rosa Problem Als erledigt Wir müssen jetzt hier jede Menge Soldaten drin haben Oh A52 Die schicke ich hier jetzt auch alle weg Bei mir wächst gerade nichts mehr Beim Militär meine ich Also Also wie jetzt Steine haben wir noch Steine haben wir noch Hatta Die sind alle leergeräumt Der rosa Gegner ist Erledigt Der kann uns nun nichts mehr Er hat noch ein paar Gebäude übrig Die haue ich mit Katapulten weg Ich werde mich Jetzt Dieser Seite hier Widmen Hier steht auch ein Katapult Nur Steine sind hier irgendwie noch keine Unterwegs Ich haue jetzt Ich haue jetzt hier doch mal Die Bäume weg Den kann ich hier noch nicht angreifen Irgendwo habe ich schon wieder Gebiet verloren Ach der rote Baut sich jetzt hier so ganz gemütlich Langsam außenrum Er ist ja auch nett Und angreifen kann ich den trotzdem nicht Aber vielleicht kommt der irgendwann von hier Dann kann ich ihn von hier angreifen Haha Stellen wir hier nochmal eine Baracke hin Jetzt hier Na ist eigentlich egal Wäre schöner wenn das Baumaterial Mehr in der Nähe wäre Aber wenn ich das Baumaterial Jetzt hier Hier entlang schicke Hier So rein schicke Dann Dann ist hier halt auch Dauerstau Und wir haben hier nur noch zwei Minen am Laufen Das wäre jetzt Ja dann laufen die halt nicht mehr Das ist allgemein erschreckend Was habe ich denn bitte noch an Gebäude übrig Also an Minen Zwei Eisen habe ich noch Und zwei Kohle Ansonsten nichts mehr Ach du Scheiße Ich bin Ich bin leer Geräumt Dementsprechend gibt es wohl auch kaum noch neue Münzen Ich Ich brauche vor allem Kohle Ich weiß noch nicht woher Aber ich brauche auf jeden Fall Kohle Von dem Rest habe ich ja noch Ein bisschen was Denn hier sind ja Berge Ein bisschen Glück Gibt es hier auch irgendwo Kohle Wenn ich den Rest noch habe Denkt ja nur daran Dann geht das ja Kann ich da auch noch eine Weile von Oder mit Lieben So Jetzt sind wir noch Keine Steine Da läuft man gemütlich Einher vor sich hin So Da ist jetzt noch ein Kohlebergwerk Und dann müssten wir ja irgendwo noch ein einsames Eisenbergwerk haben Ja auch hinten nur eins Das ist eine riesen Wüste mit Steinen Ist ja auch nett Brauchen wir aber auch nicht Hier oben habe ich echt alles schon leer geräumt Das ist ja der Wahnsinn Muss ich mich eigentlich auch hier hoch bauen Und hier irgendwie Na ich baume mich ja jetzt hier lang Da finde ich da vielleicht nochmal was Okay TüDü Wenn hier sonst nichts mehr ist Halt Bevor ich das mache Nur so zur Sicherheit So, ich lass die Bretter einfach hier drin und sag dem einfach, dass er alle Bretter jetzt ab sofort nach oben tragen soll und dann bringe ich nur die Steine hoch. Das ist doch auch eine Maßnahme. So, hier kommen jetzt mittlerweile die ganzen Soldaten an. Oh, und er schießt. Er schießt und er drift nicht. Ich würde da gerne näher ran, aber das geht leider nicht. Schade. Nee, angreifen kann ich den hier durch dieses Tal nicht und hier geht auch kein Katapulten. Hier geht nix geht hier. Nix, egal was du versuchst, nix geht hier. Der rote ist, glaube ich, auch keine Gefahr, ne? Nö, der dimpelt auch da unten rum. Irgendwas lässt mein Militär gerade wieder besser werden, was auch immer das ist. Müsse mal nicht. Hm. Jetzt natürlich auch sagen können, okay, komm, hey. Bitte Freide, lass hier mal ruhig rein. Mach mal so spaßes Halbe. Hier kommen aber momentan nur Generäle gelaufen. Ach, hey, je, was Armeen hier. Armeen, Armeen, ja. Und dieses Kohlebergwerk ist leer. Gut, dann muss uns das ja auch nicht mehr interessieren. Hm. Das bringt nix, lass das mal sein. Und der hat Kohle gefunden. Hervorragend. So hab ich mir das vorgestellt. Ich denke, könnte man auch hier nochmal einen Geo-Kollegin hinschicken. Da, 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 da. Gebäude errichtet, Baracke. Diese da, auch schön. Da kommen auch schon gleich zwei Generäle losgelaufen. Hier hab ich ja auch schon alle leer geräumt. Ist ja alles schon leer geräumt hier bei mir. Ist ja nirgendwo mehr was drin. Tja, im Moment sieht sich das alles hier ein bisschen. Das tut mir ein bisschen leid. Aber weil es jetzt nur ein bisschen zieht, tut es mir auch nur ein bisschen leid. Daneben. Ich kann es im Moment nicht ändern. Ich würde gerne hier ein bisschen mehr noch tun. Aber ich, dieses Gebirge blockiert mich. Ich komm so nicht weiter. Momentan blockiert mich alles. Ich hab keine Kohle mehr. Auch das blockiert mich. Ich hab da noch ein bisschen was an Gold. Hab vor allem noch jede Menge Eisen. Ach, Goldmünzen hab ich ja auch noch auf Vorrat. Das ist ja alles nicht das Problem. Aber ohne Kohle. Ach, Gold findet der jetzt auch noch. Na jetzt, wir treiben sie aber. Naja, find ich aber gut. Das nächste Mal, wie ich mir das gedacht habe, steht doch hier dann plötzlich schon der Rote vor der Nase. Der kommt nämlich dann hier langsam von oben. Das möchte ich nämlich eigentlich vermeiden, dass er das tut. Ähm. Wollte ich was sagen. Das ist immer noch alles der gleiche hier. Ja. Kohle und Gold. Ach nee, das andere war... Wo war denn der andere? Der war hier oben. Der ist schon fertig. Okay. Kohle und Kohle. Ja, kann ich nicht ändern. Ist halt so. Der sucht noch ein bisschen da. Habe ich hier hinten... Hier habe ich die Wege, glaube ich, einigermaßen sinnvoll ausgebaut. Ne, ja. Okay. Dann wollen wir mal wieder zwischendurch gucken, ob die Katapulte irgendwie ihren Dienst erfüllen. Oh, der hat hier noch zwei wegzuschießen. Der ist noch im Bau. Sieht hier hinten aus. Der hat hier auch noch ein bisschen was wegzuschießen. Passiert gerade noch nicht so viel. Und Kohle. Danke. Haben wir verstanden. Hier oben ist also Gold. Der Rest ist Kohle. Gut. Werden wir mal so ausnutzen. Hier oben ist der Holzfäller fertig. Da laufen irgendwie immer noch Soldaten rein. Ist aber mal gut hier. Und mein Eisenwerkwerk ist hier rüber. Dann ist es jetzt mittlerweile auch vollkommen egal, dass wir hier unser ganzes Material jetzt hochschicken und wahrscheinlich Staub produzieren, weil hier sonst eh nichts mehr ist. Eigentlich schade. Natürlich könnte ich mich jetzt noch hier hinterbauen und hier auch nochmal irgendwie nach Rohstoffen gucken. Oder mich hier reinbauen. Ich weiß es nicht. Finde ich aber alles eher albern. Ich kann jetzt mich nochmal verlaufen. Hier nochmal bei dem Roten. Ein bisschen mit stänkern. Ein bisschen nach Rohstoffen gucken. Ansonsten kann ich hier halt auch jetzt erstmal nichts mehr. Weiterhin hier Steine auf diesen Turm schießen und gucken, was passiert. Selbst angreifen traue ich mich irgendwie nicht. Wenn ich den einreiße, dann rutsche ich mir hier die Grenze entgegen und machen kann ich wahrscheinlich trotzdem nichts. Geht ja auch nur hier was. Man kann es mal probieren und gucken, was passiert. Aber es passiert genau das, was ich befürchtet habe, dass hier die Grenze reinrutscht. Und ich dann halt auch keinen Meter weiterkomme hier. Blöd. Ich baue schon gerade wieder hin. Hilft aber halt auch nichts. Warenstau entferne. Geht schon wieder los hier. Das ist ja unglaublich. Das war die tolle Mine. Tja. Da kommt der Holzfäller. Und ich kann hier nichts weitermachen. Der baut sich hier so irgendwie langsam runter durch den Berg. Ich kann hier nur permanent fröhlich mit Steinen nach ihm werfen. In der Hoffnung, dass es hilft und dass ich treffe. So wie dieses Mal. Boah, der ist auch voll mit Generälen, ey. Wenn ich den angreife, das ist... Das tötet mich einfach. Eins, zwei, drei, vier. Da kann ich hin. Dann werden wir jetzt als nächstes einfach gegen den Roten vorgehen. Der hat das ja auch verdient. Den kriegen wir auch weg. Dann können wir uns hier oben irgendwie mal gucken, wie wir da an den weißen Rand kommen. Und können uns da wirklich dann auf diesen fokussieren. Wenn ich dann... Das war's. Vad ist das? Ich erinnere, weil wir uns da zusammen ansetzen. Ich erinnere, weil wir uns da in der gonf. Und ich erinnere, weil wir uns da sind, Wir haben dann und wir weitern behindern. Und damit auch... Ich bin da, weil wir uns da sind,